Hallo zusammen, wir haben hier die neuen XLS-Rollen von Vision. Und zwar haben wir hier drei Rollen Größe 5, 6, 7, 8 und 8, 9. Einmal für die Flussfischerei die River Maniac, die auch perfekt zu den River Maniac Routen passt. Die Merry Route für unsere Küstenliebhaber, die perfekt auf die Merry Routen passen und tatsächlich für die Mefo-Angelei sowie auch leichte Seebarsch-Angelei entwickelt wurde. Und dann haben wir hier noch die Pike Maniac-Rolle für unsere Pike Maniac-Routen. Also vom Design her passen die sehr genau auf diese Routen, passen natürlich auch zu allen anderen Routen. So ist es nicht, aber es sieht sehr stimmig auf unseren Routen aus. Dazu haben wir hier die Rollen mit einem EVA-Händel versehen. Das heißt, wir haben echt einen guten Anpack an den Rollen. Auch im Winter, wenn es dann mal kalt wird, ist das wichtig. Das ist nicht schlecht. Und was ihr aber die größte Neuerung, die ihr seht, ist natürlich hier die Center-Schraube. Das heißt, wir haben hier keine Feder mehr, um die Spule zu entnehmen, sondern tatsächlich eine Schraube, die man auslösen kann. Und wenn wir uns die Merry-Rolle angucken, dann haben wir hier jetzt auch einen geschlossenen Rollenkäfig. Das ist zu allem wichtig für die Küstenfischer, die gerne mit Running Lines oder so fischen, damit die nicht rausrutschen. Das ist bei den anderen beiden Rollen nicht so. Hier haben wir tatsächlich einen offenen Rollenkäfig, einfach auch um Gewicht zu sparen. Aber bei allen Rollen haben wir ein geschlossenes Bremssystem. Das Bremssystem ist abgedichtet mit O-Ringen. Da kommt also kein Salzwasser rein und auch kein Schmutz. Das ist also sehr wartungsarm. Wir müssen es höchstens mal abspülen unter Leitungswasser, wenn wir mal im Salz gefischt haben. Das sollte man generell mit jeder Rolle machen. Aber ansonsten ist es sehr, sehr, sehr wartungsarm. Die Rollen sind aus Aluminium CNC gefräst. Das heißt, wir haben eine sehr genaue Arbeitung von diesen Rollen. Sehr präzise, kleine Toleranzen. Das heißt, das passt auch alles zueinander. Da rutscht keine Schnur durch. Das ist immer der Vorteil, wenn man aus Alu gefräste Rollen hat. Und dann werden wir diese Rollen tatsächlich jetzt im Oktober auf den Markt bringen. Da wird es einen Launch geben. Und dann hoffen wir, dass euch die Rollen alle gefallen. Und dass wir davon in Zukunft viele am Wasser sehen werden. Vielen Dank.